Maharaja ist ein hinduistischer indischer Herrschertitel, die weibliche Form lautet Maharani. Geschichte Während des Niedergangs des Mogulreichs und zur Zeit der britischen Herrschaft über Indien gab es sogenannte Fürstenstaaten. Diese Gebiete besaßen auch noch während der britischen Oberherrschaft eine begrenzte Autonomie unter ihren lokalen Fürsten. Zum Zeitpunkt der Absetzung des letzten Großmoguls von Indien und der Etablierung des britischen Kaiserreichs Indien nach dem Aufstand von 1857 gab es etwa 600 Fürstenstaaten, die insgesamt zwei Drittel der Fläche Indiens einnahmen. Hinduistische Fürsten wurden als Maharajas, Rajas oder Raos betitelt, muslimische meist als Nawab. Die Maharajas und die anderen Fürsten verloren mit der Unabhängigkeit Indiens 1947 ihre Selbstständigkeit. Die Verfassung der Republik Indien vom 26. Januar 1950 sah vor, dass ehemalige Fürstenstaaten oder Vereinigungen von Fürstenstaaten durch Raipramuksch regiert werden sollten. Diese Staaten waren Heiderabad, Saureshtra, Mysore, Travancurs, Methüabarat, Fintüabradesh, Partiala and East Punjab States Union. Aus den 23 Fürstenstaaten des Raiputana, dem Land der Raiputen, ging der heutige Bundesstaat Rajansten hervor. Bereits am 1. 1971 schaffte die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi sämtliche Adelstitel ab und entzog somit den ehemaligen Herrschern die letzten. Privilegien Maharaja ist daher heute nur noch ein Höflichkeitstitel für die Familienoberhäupter ehemaliger Herrscherfamilien. Ausstellungen 2010 Maharaja Pracht der indischen Fürstenhöfe, Kunsthalle der Hypokulturstiftung in München 2013 Das Indien der Maharajas, Renaissance Schloss Schalaburg in Niederösterreich